So, ich mach 4, Schluss. Ja, die 2. Aber war lustig. Ground Floor, ich kann doch irgendwas upgraden. Top Floor, Ground Floor, Basement. Warte, es kostet immer 6, das zu upgraden, oder? 6 Punkte. Ne, 12. Dann mach ich lieber nix. Genau, ich wollte jetzt noch mein zweites Set wieder. Das ist rein. Oder drauf. Drauf. So, was brauch ich denn dafür? Ich brauch... Ich hab 20 Millionen. Ich brauch unerwünscht. Äh, unerwünscht. Unverwüstlich. Blendgranaten. Standstirb langsam. Dann... Sag mir doch mal kurz deinen Tank-Skillbaum, Sandro. Unverwüstlich. Stirb langsam. Volltreffer. Was? Iron Man of 2 auf jeden Fall. So. Hier krieg ich noch mehr Skillung. Also noch mehr Tankiness. 25%. Mehr Tankiness. So, mehr Tankiness. Mehr Tankiness. So, dann gehen wir mal unter... Willst du einen mitmachen? Hm? Willst du einen mitmachen? Ja, aber erstmal muss ich wieder skillen. Wie sieht denn dein Tank-Skill aus? Ich hab jetzt Tank fast alles voll, außer das Transporter mit dem weiter... Lohnt sich das weiterschmeißen? Nein. Ne. Dann würde ich hier auf Waffengenauigkeit gehen mit festem Griff. Von vorne hast du Hüfte mit Feuerdisziplin. Mach erst hier die, ähm... Aufhebfähigkeit. Ach so, Sanitäter. Auf 2. Schmerzmittel. Hm, Schmerzmittel oder... Erste... Erste Helfer. Auf Putschmittel oder Feldarzt. Zwei Arztaschen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Anfordern auf 2. So. Jetzt hab ich das da. Was ist denn da noch gut? Jetzt auf Waffengenauigkeit? Oder was wirst du jetzt gehen? Hm. Das ist halt nicht wichtig, da ist... Parkour ist wichtig. Aber nur auf 1 geskillt. Was ist jetzt noch wichtig? Jetzt ist Waffengenauigkeit gut, hätte ich gedacht. Feuerdisziplin. Das ist wichtig. Warte, Fern... Was sind denn Fernwaffen? Auch MG? Nee, oder? Nur Sniper. Fernwaffen? Mhm. Ich würde dazu sagen, was auch dazu zählen. Ah, hier. Höchste Not. Wenn du getasert wirst, kannst du dich vom Taser befreien, wenn du innerhalb von zwei Sekunden mit ihm interagierst. Was heißt interagieren? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich nix, wie ist denn? So. Äh. 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 Oder leise Mission noch? Sneaky? Leise. Leise. Okay. Ähm. Drei Punkte. Drei Punkte. Selbstbewusst brauchen wir noch. Okay. Ja. So. Ich bin fertig. Ah, fast Geiselnahme. Komplett. So. Äh. Was ist es denn überhaupt? Äh. Vier Läden. Ach. Ich muss noch. Es geht, dass ich zwei ECMs mitnehmen kann. Das wäre mir auch nicht schlecht, ne? Ja. Brauchst du aber nicht. Ja. In welchem Skilltree wären das? Muss ich kurz wissen. Shinobi. Soll ich mal kurz zurück? Nein. Geht nicht. Okay. One down. Letzte Mission für heute. Sounds good. Let's go. Erstmal gucken. Da steht hinten eine drin. Keine Kamera auf der Seite. Mask out when you're ready to roll. Ach. Ist da kein Tressort drin? Ne. Hier aber auch nicht. Lol. Hä? Was sollen wir jetzt klauen gehen? Hier ist auch keine Kamera auf der Gegenseite. Da kannst du jetzt in Ruhe die Maske anziehen. Ich hab glaub wir machen... Du hast nichts gemacht. Keine Ahnung. Ich hab die Maske aufgezogen. Das hast du mal komisch angehört. Au. 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 Kamera oben. Sie haben Kameras. Zeig ihn raus. Geht unten. Auf der Grunde. Bleib unten. Bleib unten. Fassel ihn. Am besten liegen bleiben du Mongo. Komm mit mir. Geh unten. Geh unten. Geh unten. Geh unten auf der Grunde. Okay. Noch ne Kamera irgendwo. Gegenüber guckt noch einer. Komm hier hinten hin. Ganz hinten in den Laden. Hier ist keiner drin. Aber ein Safe. Gott sei Dank. Sonst wir mal im Sack. So. Ich bring die Geisel hier vorne noch nach hinten. Aber schnell. Beweg dich. Beweg deinen Arsch. Sehr schön. So. Alles safe. Mit Anführungszeichen. Vorne müssten noch Kassen sein. Kann ich die so knacken? Einfach aufmachen. Ah ok. 1300. Ich bin reich. Huh. Das war knapp. Das war wirklich ein bisschen knapp. Ach da steht eine direkt vorm Fenster. Du dumme Kuh. So. Oh. Da liegt einfach mal Geld neben der Mikrowelle. 1300. Ja. Warum nicht? Ist leer. Ich hab ein Paket. Was ist das denn? Bro Junge. Der Bro. Ist immer reich? Ne. S26. War nix drin. Nein. Lol. Lass mich verarschen. Geh mal in den Kaffee laden. Ähm. Da steht eine in der Strecke. Ja. Da müssen wir ja. Ich kann schon rüber rennen oder? Zu dir. Die ist vom Fenster weg. Wie machen wir es? Was? Wo soll ich eine ECM gleich hier platzieren? Ich komm mit. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Auf dem Boden. No need to worry. Just be still. Hast du einen ECM platziert? Ne. Noch nicht. Ah. Ne. Zu spät. Zu spät. Oh wow. Da oben. Ah ok. Ja. Ich dachte du hast schnell platziert. Ja. Du musst schon. Du musst schon was sagen. Du bist einfach da. Ohne was zu sagen. Reingerannt. Du hast so gesagt du platzierst seinen. Ja wenn du was sagst. Ich hab gesagt ich kann einen platzieren. 14 Millionen auf dem Konto. Easy. Ding. Warte aber was wir mal machen könnten. Ok passt schon. Ding. Gibt es noch was um? Hallo? Ähm. Ich schreibe mit Max. Achso. Ich dachte du bist ein bisschen disconnected. Hatte schon Angst. Hä? Suche nicht. Lol. Ok. Was bringt ein Profifahrer? Ist der schneller da? Mhm. So erstmal wieder hier hinten gucken. Das ist einfach der einfachste Spot. Ich sehe. Kein Tresor. Schade. Zum China laden. Zweitbester Spot. Oh da ist ein ATM vorne drin. Lass mal sehen. Nö. Kein ATM. Kein Tresor. Hm. Finally a good China store. Ist hier hinten eine Kamera? Jetzt ist hier hinten eine Kamera. Warte ich bin schon. Ok gut. Kannst du die Tür von innen auf machen? Guten Tag. Ja so gehts viel leichter. Du wirst gesehen. Was? Wie hat die mich gesehen? Durch das Fenster. Wie macht die Pager? Wat? Sie haben das Endnitz gesehen. Mich nicht. So ganz hin. Haben sie uns gesehen. Die Kameras. Was? Welche? Die da? Ne. Wo ist da die Kamera? Das kann gar nicht sein. Im Shop drin. Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Lol. Vier Läden. Easy. Look. I know Vlad is nuts. But he's got a lot of connections. And I have a good feeling about him having a line or some big jobs down the line. This is a good start. You must stay frosty. Don't things heat up. Ich bin bereit. Schwer 74 ey. Man levelt einfach viel schneller wenn man schon einmal past Tische gegangen ist. Ja so viel schneller. Wie? Du bist 6 Level hinter mir nur noch. Vlad wants us to hit the 4 stores for cash and... Naja. Geht trotzdem langsam. Okay. Let's do this one. Looks like they have cameras. Watch the alarms. Ist endlich mal ein Safe drin? Ja. Gott sei dank. Mach du. Ich scoute wieder. Ich halt sie auf. Da kommt der Blonde rein. Get down. On the ground. Bip bum. Tot. Und knackern. Also hier steht der Blonde wo ich stehe. Genau in mir. Das ist wieder leer. Hallöchen. Was? Was machst du denn? Keine Ahnung. Ich sehe so eine Loli da hinterm Tresen. So. Ich gehe jetzt offline. Yo. Also dann wünsche euch eine... Gute Nacht. Schlaf gut. Träum süß. Schönen Abend. Träum von viel Geld auf deinem Konto. Auf jeden Fall. Mindestens 20 Millionen. Das werde ich. Wow. Ich freue mich schon richtig. Auf diesen Traum. Es wird richtig heiß. Okay. Auf jeden Fall gehe ich jetzt offline. Also dann. Ciao. Gute Nacht. Und wie viel ist es drin? Yes. Da steht einer, ne? Wo kommt denn die jetzt her? Die will ein Würstchen. Hallo. Schieß sie ab. Du es. Du es. Du es. Du es. Du es. 60. Ach das ist gar nicht so splittisch, wenn ich da hingehe oder wie? Doch. Ne. Das bist du. Einfach dran vorbeigerannt. Da ist eine Blonde links von dir. Ach da ist der Blonde. Die habe ich gar nicht gesehen. Weil. Ich will das Fleckchen haben. Der andere. Ich würde jetzt aber trotzdem fesseln, weil wenn die sich umdreht und die Blonde sieht. Ich hoffe nur der Wachmann da hinten sieht uns nicht. Da ist einer gegenüber. Ich blockiere den Weg. Die Sicht. Oh oh. Die Blonde vorne ist auch nicht so gut. Die wird hier gesehen. Ich würde sie hier hinterm Tresen irgendwo verstecken. Oder ganz hinten im Raum. Ich schau kurz ob da einer ist. Ah da steht auch eine. Pass auf vor dem Fenster steht noch eine Blonde. Die fällt auf überhaupt nicht auf hier. Die kann sich gleich zu den Chips rein. Rein zwingen. Got a body bag case here. Body bag. Was? Was? Hast du es draufgestellt? Ich sag nur Bescheid wenn sich dir eine Brünette hier vorne bei den Würstchenstand wieder umdreht. Willst du ein Würstchen? Du willst ein Würstchen. Du könntest jetzt die Brünette. Fesseln. Jetzt ist grad die Blonde vorne weg. Hi. Guten Tag. Und dann würde ich sie hinten in den Raum einsperren ehrlich gesagt. Ah hier ist auch ein Tristro. Sehr cool. Oh oh. Wird von gegenüber gesehen. Jetzt nicht mehr. Oder? Wird es immer noch gesehen? Ne. Gut. Wo ist dein Tresor? Lol. Der ist ja voll fett. Kann man den auf... Muss man den aufbrechen? Geht schneller finde ich. Ich schau ob vorne da rein kommt und die Blonde sieht. Ich dich schmiere. Hm. Blockiert den Eingang. Das geht nicht. Ich kann die leider nicht blockieren. Das hätte ich schon längst gemacht. Steht denn da oben eigentlich? Cold Solar. Get it fresh. Great stuff. Let's put this cast to good use. Yay. Fast 30.000. War das alles? Okay. Ich hab was auf dem Rücken. Kann ich auch was nehmen? Lass mich was nehmen. Oh. Schade. Kannst du's aufnehmen? Ne. Keine verdächtigene Aktion. Das ist eigentlich nur ne Tasche die man trägt. Weißt. Voll verdächtig. Gegenüber natürlich. Gönn wir. Hier. Also ich schau mal. Links steht ein Zivi. Der dritt ihr den Rücken zu. Okay. Sieht safe aus. Pass auf die Kamera beim Fenster auf. Bananas. Noch ein Paket mitgenommen. Da ist keine Kamera. Sehr schön. Ich zieh meine Maske auf. Ich war wichtig. Excellent brothers. Oh ja. Boah. Ich bin schon Level 80. Rechts. Must go to safe. Für einen von uns ist mir egal wer den safe bekommt. Verdammt. Ja nix. So. Nichts besonderes. Würde ich mal sagen. Level 80. Gab es nicht irgendwas besonderes. War Level 80. Du kannst äh. Schwerte greife auswählen. Ah. Sehr schön. Gut. Dann gehe ich mal ganz kurz ins Inventar. Und wollte noch das hier umrüsten. Das draufset oder? Ne das ist fertig. Okay. Ich wollte noch irgendwas. Genau. Ich wollte was anderes ausrüsten. Und zwar. Beim Sneaky Set von mir. Irgendwas anderes reinhauen. Ähm. Wie hieß das? Chameleon oder? Du wolltest zwei Siemens mitnehmen. Ja. Kann ich noch nicht machen. Du knackst Schlösser 100% schnell an. Ach du kannst aus dem Tresor knacken. Mann ist das teuer. Wer ist denn jetzt reingekommen? Keine Ahnung. Ich gehe erstmal raus. So. Inventar. Ähm. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube ich muss den raus scillen. Fester Griff. Ich scimm mal kurz das hier raus. Mit dem leisen Tod. Comeback. Wenn deine Panzerung kaputt geht. Da hört sich deine Geschwindigkeit. Das brauche ich nicht. Okay. Okay. Ähm. Was muss ich denn noch scillen? Chameleon. Du kannst das Erkundungsmodus. Ah. Hier ist extra Sinn. Deine. Das töten von Zivilisten ist billiger. So. Easy M speziell. Das bin ich jetzt auch. So. 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 Hast du das Saubermann? Gelevelt? Saubermann? Saubermann. Du hast einen Leichensack mehr. Okay. Ne. Leichensack-Koffer sind eigentlich nicht so wichtig. Oder? Ich glaube das habe ich bloß einmal gemacht. So. Bob LongDar30. Hallöchen. Wir sind leider schon gleich fertig. Ich scale hier noch ein bisschen um. So, ich kann jetzt... Bei meinem Sneaky ist wichtig. Zwei ECMs. Und komplett auf Sneakiness. Ja. So. Das hier noch. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Nicht jetzt. Okay. Mein Set vom Crewboss habe ich noch nicht komplett. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Aufnahmesession. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Zahltag zwei. Mit dem Sandro. Oh, ja. Und unserem kleinen... Warte, ich brauche das andere Set. Wo ist er? Ne, Chicken habe ich gar nicht mehr drin. Da, da ist er. Mit dem Rhein. Ciao.